Herzlich willkommen! Die Signale des Marktes scheinen sich wöchentlich zu ändern. Einmal steht ein Kursausbruch, an einem anderen Tag ein Einbruch kurz bevor. In der heutigen Ausgabe gehen wir auf Bereiche über das Verhalten großer Investitionshäuser ein und zeigen euch, was hinter den Vorhängen der Investmentbanken geschieht und was Megainvestoren jetzt machen. Während Kryptowährungen in den vergangenen Jahren von vielen Investoren noch eher als Nischenprodukt und unsichere Spekulationen betrachtet wurden, scheint aktuell zunehmend ein Wandel stattzufinden. Wir schauen uns Neuerungen bei Finanzgrößen wie Goldman Sachs und JP Morgan an und vermitteln euch ein Bild über das große Ganze. Wie viele wissen, sind wir der breit gestreuteste Kryptokanal mit den größten Hintergrundinformationen. Seriös und auf den Punkt gebracht. Um uns zu unterstützen, gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Da uns auch immer viele Fragen erreichen, wie du günstig Krypto traden und kaufen kannst, wollen wir dir eine gute Möglichkeit aufzeigen, um Gebühren zu sparen. Mit Atani kannst du auf 20 Börsen gleichzeitig traden und dadurch über 1.500 Euro an Gebühren sparen. Den Link findest du in der Beschreibung. Insbesondere von institutioneller Seite gab es immer wieder Widerstand gegen Blockchain-Adaption und der Aufnahme von Kryptowährungen in die Bilanzen. Weiterhin distanzierten sich lange Zeit vielerlei Finanzdienstleister davon, ihren Kunden Kryptoprodukte anzubieten. Vermutlich durch die intensive Berichterstattung im Rahmen des Dogecoin-Hypes im Frühling diesen Jahres scheint sich die Stimmung trotz starker Kursverluste im Mai langsam um 180 Grad zu drehen. Nach und nach häufen sich die Meldungen über Investmenthäuser, Banken und sonstige Finanzdienstleister, welche zunehmend entweder selbst in Kryptowährungen investieren oder zumindest ihren Kunden Zugang zum Kryptomarkt über eigene Schnittstellen ermöglichen. Es ist anzunehmen, dass traditionelle Finanzunternehmen zunehmenden Druck von Seiten des dezentralen Finanzwesens spüren und diverse Projekte nun endlich als direkte Konkurrenten wahrnehmen. Wie wir berichteten, gibt es zahlreiche DeFi-Projekte, welche für traditionelle Banken undenkbare Rendite ausschütten und das bei relativ niedrigem Risiko. Namenhafte Beispiele wären hierzu AVE und Compound. Das Projekt Compound ist auch jenes, welches es sich als Ziel gesetzt hat, mit seinen Services in Zukunft auch gezielt institutionelle Investoren anzusprechen. Bei Interesse kann man sich hierzu deren Produkt Compound Treasury ansehen, welches auf Institutionen zugeschnitten ist und Kryptokredite Großanlegern zugänglich macht, ohne hierbei gesetzliche Richtlinien außer Acht zu lassen. Solche Adaptionen sind für private Anleger in dem Sinne relevant, da große institutionelle Investoren das Ansehen von Kryptowährungen als legitime Anlage heben, Aufmerksamkeit auf das Großangebot von Produkten im Kryptosektor geben und wiederum mehr Geldgeber und Kunden mit sich bringen. Unsere erste Meldung beschäftigt sich mit dem Investmentriesen Goldman Sachs, welcher erneut in die Schlagzeilen der Kryptonews gekommen ist. Eine von der großen Investmentbank Goldman Sachs durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass fast die Hälfte ihrer Family-Office-Kunden Kryptowährungen in ihr Portfolio aufnehmen möchten, was darauf hindeutet, dass die Ultrareichen bei digitalen Vermögenswerten immer optimistischer werden. Wie von Bloomberg berichtet, hat die Umfrage mehr als 150 Family Offices weltweit befragt und festgestellt, dass 15 Prozent der Befragten bereits in Kryptowährungen investiert sind. Weitere 45 Prozent der Büros bekundeten Interesse an Investitionen in die Anlageklasse als Absicherung gegen höhere Inflation, anhaltend niedrige Zinsen und andere makroökonomische Entwicklungen nach einem Jahr beispielloser globaler Geld- und fiskalpolitischer Anreize. Andere Befragte nannten jedoch Bedenken hinsichtlich der Volatilität und der langfristigen Unsicherheit rund um den Preis von Kryptowährungen als Grund für ihre Abneigung gegen die Anlageklasse. Etwa 67 Prozent der befragten Unternehmen verwalten Vermögenswerte im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, wobei 22 Prozent der Befragten ein verwaltetes Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Bloomberg beschreibt das Geschäft von Family Offices als die Verwaltung des Vermögens und der persönlichen Angelegenheiten superreicher Leute, darunter Microsoft-Mitbegründer Bill Gates, der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt und die Chanel-Besitzer Alain und Gérard Wertheimer. Das Dienstleistungsunternehmen Ernst & Young schätzt, dass es mehr als 10.000 Family Offices gibt, die jeweils nur die finanziellen Angelegenheiten einer einzelnen Familie verwalten, von denen die Hälfte erst im 21. Jahrhundert gegründet wurde. Es wird hierbei geschätzt, dass der Family Office-Sektor weltweit mehr als 6 Billionen US-Dollar verwaltet und die Hedgefonds-Branche bei weitem überschreitet. Mina Lagdawala-Flynn von Goldman Sachs meint hierzu, dass die meisten Family Office-Kunden des Unternehmens Interesse am Ökosystem für digitale Vermögenswerte bekundet haben und fügt hinzu, dass viele Kunden glauben, dass die Blockchain-Technologie aus Effizienzgründen so wirksam sein wird wie das Internet und Produktivitätsperspektive. Diese Meldung passt soweit sehr gut ins aktuelle Narrativ institutioneller Adaption. Man sollte sich dazu auch immer im Kopf behalten, dass viele Trends der Vergangenheit ihre Anfänge bei sehr wohlhabenden Anlegern hatten. Während jene Kunden oftmals eher risikoavers sind und aufgrund des großen Volumens schon von verhältnismäßig kleinen, aber dafür sicheren Renditen profitieren, ist jene Umfrage ein weiteres Zeichen dafür, dass Kryptowährungen langsam aus dem Schatten des Untergrunds rücken und fortschreitend akzeptierter auch unter konservativen Anlegern werden. Neben Goldman Sachs hat auch Investmentbank JP Morgan kürzlich neue Leistungen im Bereich von Kryptowährungen angekündigt. In einer ironischen Wendung angesichts des bekannten Misstrauens von CEO Jamie Dimon gegenüber der Branche ist JP Morgan Berichten zufolge die erste große US-Bank, die allen Vermögensverwaltungskunden Zugang zu Bitcoin und anderen Kryptowährungsfonds ermöglicht. Berater in der besagten Abteilung von JP Morgan, welche Anlagen im Wert von 360 Milliarden US-Dollar betreuen, bearbeiten ab jetzt auch Aufträge zum Kauf und Verkauf von fünf verschiedenen Kryptoprodukten. Darunter sind Grayscales Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust, Ethereum Classic Produkte sowie der Bitcoin Trust von Osprey Funds. Die Richtlinienänderung trat am 19. Juli in Kraft, wie aus einem internen Memo von Business Insider hervorgeht. Greg King, Gründer und CEO von Osprey Funds, sagte hierzu gegenüber Forbes, wir freuen uns in die JP Morgan Wealth Plattform aufgenommen zu werden. Der Osprey Funds Bitcoin Trust bleibt der günstigste börsennotierte Bitcoin-Fonds in den USA und wir glauben, dass die Kunden von JP Morgan den Wert des Produkts sehen und schätzen werden. Die neue Dienstleistung gilt für alle JP Morgan Kunden, einschließlich privater Kunden, welche die Chase Trading App verwenden, vermögende Kunden von JP Morgan Beratern als auch die reichsten Kunden, welche von der Privatbank direkt betreut werden. Berater dürfen Kunden zwar keine Kryptoprodukte empfehlen, können jedoch auf Kundenwunsch ab jetzt Kryptotrades durchführen. Zuvor erlaubte das Investmenthaus nur privaten Vermögenskunden in einen aktiv verwalteten Bitcoin-Fonds zu investieren, wozu das Kryptounternehmen NYDIG bisher die Verwahrungsdienste übernahm. Der erweiterte Zugang zu Kryptoprodukten für JP Morgan Kunden kommt mit dem steigenden Interesse des Einzelhandels am Kryptomarkt, insbesondere nachdem Bitcoin am 14. April 2021 sein Allzeithoch von 65.654 US-Dollar erreicht hatte. Trotz bisheriger Korrekturen war die Nachfrage nicht abgeflacht, was insbesondere aufgrund der aktuell rabattierten Preise des Marktes kein Wunder ist. Mary Callahan Erdos, Asset- und Wealthmanagement-Chefin bei JP Morgan, sagte Bloomberg im Juli, dass viele Kunden der Bank in digitale Währungen investieren wollen. Beobachter wollen nun überprüfen, ob aufgrund dieses Schritts weitere Wall-Street-Banken dem Vorbild von JP Morgan folgen wollen. Beispielsweise Morgan Stanley hatte im März ebenfalls damit begonnen, Großanleger mit einem Mindestportfolio von 2 Millionen US-Dollar Zugang zu ähnlichen Bitcoin-Fonds zu bieten. Es ist jedenfalls interessant zu betrachten, dass Investmenthäuser, welche zum Teil sehr skeptisch und pessimistisch in der Öffentlichkeit gegenüber Kryptowährungen aufgetreten sind, sich nun für das genaue Gegenteil der Haltung entscheiden. Während es zwar selbstverständlich ist, sich stets der Nachfrage des Marktes anzupassen, wirkt es teilweise fast gewollt, dass nach außen hin eine andere Meinung vertreten, als gegenüber den eigenen Kunden kommuniziert wird. Beispiel hierfür ist erneut der Report von Goldman Sachs, Crypto and New Asset Class, welcher in einer Zeit veröffentlicht wurde, als das Investmenthaus selbst nach außen hin sehr skeptisch gegenüber dem Kryptomarkt aufgetreten ist. In der heutigen Zeit ist es jedenfalls anzunehmen, dass so gut wie jeder Anleger, welcher sich aktiv mit Wertanlagen und Trading beschäftigt, zumindest einen kleinen Teil seines Portfolios in Kryptowährungen hält. Einerseits, weil es eine Grundregel ist, sein Portfolio stets zu diversifizieren, andererseits, weil gerade große Investmenthäuser keinen Engpass an qualifizierten Analysten haben, welche Marktpotenziale gut abschätzen können. Wir halten fest. Obwohl viele Großanleger in der Vergangenheit recht skeptisch und ablehnend gegenüber Kryptowährungen aufgetreten sind, scheint sich die Stimmung langsam aber stetig zu ändern. Eine Umfrage der Investmentbank Goldman Sachs hat gerade erst ergeben, dass beinahe 70 Prozent ihrer sehr wohlhabenden Klienten Interesse an Kryptoinvestitionen haben. Weiterhin sollen mindestens 15 Prozent der befragten Privatbankkunden bereits in Kryptowährungen investiert sein. Neben Goldman Sachs hat nun auch Investmentbank JP Morgan seinen Kunden Zugang zu ausgewählten Kryptofonds eröffnet. Ein Zeichen für die weiterhin fortschreitende Adaption durch Institutionen und Banken. Während Finanzdienstleister sich nach außen hin oftmals skeptisch geben, scheinen viele Klienten großes Interesse an Kryptoinvestitionen zu haben, was die Banken langsam unter Zugzwang setzt. Für private Anleger jedenfalls eine höchst interessante Neuerung, die man weiterhin genau verfolgen sollte. Seht ihr die Adaption durch Investmentgrößen wie Goldman Sachs und JP Morgan auch positiv? Schreibt uns einen Kommentar und helft uns dieses Video zu verbreiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank!